Moin Leute, ja nur ein ganz ganz kurzes Video und zwar wie ihr sicherlich schon aus dem Titel herauslesen konntet, suche ich eure Call of Duty Gameplays. Habt ihr zufälligerweise welche rumliegen, na dann schickt sie mir, beziehungsweise ladet sie auf YouTube hoch, schickt mir dann den Link und dann schnapp ich mir das Gameplay. Das Ganze wird so eine Art Commentary, ich werde dann eben über Gott und die Welt quatschen, vielleicht auch was aus dem Real Life, irgendwas was in den Medien mal wieder hochgekocht wird. Also da sind uns oder mir wirklich keine Grenzen gesetzt und mehr gibt es glaube ich dazu nicht zu sagen. Ich freue mich, wenn der eine oder andere ein gutes Gameplay parat hat und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Wie oft ich das letztlich machen werde, das wird sich auch noch zeigen. Ist jetzt eher erstmal so ein Gedankengang, den ich ja so wieder in meinen Gehirnwindungen habe oder auch nicht. Aber das ist so ein kleines Projekt wieder nebenbei und ihr wisst ja ganz ehrlich, wenn ich immer irgendeinen Gedanken habe oder auf irgendwas Bock habe, dann mache ich das und dann schauen wir einfach mal, was daraus wird. Und ja, mehr gibt es letztlich nicht zu sagen. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Also jetzt noch eine Frage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.